Nun sind wir nach all den Feiertagen so glücklich ins neue Jahr gerutscht und stellen doch fest, auch am 6. Januar ist die Weihnachtszeit noch nicht vorbei. Irgendwie fehlt da noch was. Was könnte das denn sein? Die heiligen drei Könige. Verkleiden, an fremden Türen anklopfen, Geschenke einsammeln. Die drei Weisen aus dem Morgenland sind dem Stern von Bethlehem gefolgt, um als Heiden den König der Juden zu finden. Hallo meine Lieben. Hallo Jeserien. Schließlich blieb der Stern von Bethlehem über dem Stall des Jesuskindes stehen. Und weil die heiligen drei Könige ihn sofort als Sohn Gottes erkannten, legten sie ihm ihre prachtvollen Gaben zu Füßen. Wie heißt ihr denn? Kaspar. Melchior. Balthasar. Und wem gehört der Stern? Mir. Heute machen es die Sternsinger umgekehrt. Sie sammeln Spenden. Und sie bringen mit CMB den Haussegen. Das heißt nicht etwa Kaspar Melchior Balthasar, sondern Christus Mansionem Benedictas. Christus segne dieses Haus. Tja, dann macht mal schön die Tür auf, wenn es am 6. Januar bei euch klingelt und öffnet weit das Portemonnaie. Denn wenn jeder ein kleines bisschen Gutes tut, dann ist die Welt ein großes Stück besser.